So, sorry, etwas längere Pause. Ich habe noch eben hier einen Tee gekocht und den Kaffee, ach, noch nie Kaffee, nee, Kaffee nicht. Ich habe einen Tee gekocht, den Krater zu essen gegeben und mir auch mal eben einen kleinen Snack mitgebracht. Ich werde gleich mal eben die Kamera eben kurz auslassen und mal eben was Snacken. Mh! Oh, wow. Da wurde ich mit den Münzen gebaitet. Wow, Herky Dogs. Einfach nur wow, Herky Dogs. Ähm, ich habe nicht genug Items, ne? Warte mal. Oh. Dann nutzen wir davon mal eben eins. Dann geben wir wieder BP. Hä? Von oben wahrscheinlich. Ich habe jetzt mal Naffi und Fione. Was? Gesundheit? Was für Dinger? Pokémon? Ich weiß gar nicht, welche da sind. Und in Arceus oder in... In Purpur. Donnerblitz. Blitzschlag gegen einen Gegner. Hast du die Quest nicht gemacht, die Gänten des Meeres? In welchem Pokémon bist du jetzt? Purpur oder Arceus? Arceus, oder? Sind das die kleinen Viecher in den Höhlen? Die Namen sagen mir gerade nicht. Habt ihr geschickt? Ah, voll. Ah ja, ja, ja. Ja, äh, das linke hab ich, das rechte nicht. Glaub ich, weiß ich nicht. Eintritt verboten, Mario. Gezeichnete Kooper-Bruder. Das wollen wir ja erstmal sehen. Wir bauen uns eine Brücke. Und ein neuer Gegner. Ähm, scheiße. Hm. Hm. Okay, dann haben wir schon mal runtergeholt. Und auf den Rücken legt. Gut. Ach, das war doof. Jetzt ist das ein normaler Kooper. Jetzt bräuchte ich den gleich mehr scannen. Ach, leck mich doch am Arsch. Das war doof. Karmazin hab ich alle? Auch die vom DLC alle? Also, ich hab... Hast du alle, alle? Alle, alle Pokédexe vervollständigt? Echt? Okay, krass. Ich hab den von DLC nicht. Aber dankend... ...hab ich seit gestern den Haupt-Pokédex vervollständigt. War ready for shiny hand? Hm. Gibt es im DLC eigentlich auch wieder welche, die man nur in Karmazin fangen kann? Ja, ne? Der DLC, du weißt ja, was bald kommt, ne? Hier ist das so schnell, ich muss das DLC mal anfangen. Also, Hemd, ich muss einfach nur langsam. Hier ist das so schnell, ja? Dann komm ich und dann kommt Hemd. Hemd hat noch nicht mal angefangen. Oh, Sternsplitter! Nice. Oh, wow. Verkackt. Hm. Hm. Oh, wow. Verkackt. Hm, hm. Hier, irgendwas ist verkehrt. Kinox gibt mir gerade recht. Was ist da los? Irgendwer, was stimmt hier nicht? Nächste Woche geht's wieder los, womit? Und der Jagd. Ach so. Wegen DC. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir so machen. Bombario, wechseln und direkt scannen. Kriegen wir zwar jetzt die erste Runde mega auf die Schnute, aber... Das ist ein Parakupa. Dabei handelt es sich um geflügelte Koopas. Wer hätte das gedacht, hä? Maximal 4 KP, Angriff 1, Verteidigung 1. Wenn du auf sie springst oder einen Powerblock einsetzt, fallen ihnen die Flügel ab. So werden sie zu völlig normalen Koopas. Dann sind sie eigentlich ganz einfach zu besiegen. Los, spring auf sie. Sie glauben, sie seien cool, weil sie Sonnenbrillen tragen. Aber in Wirklichkeit sind sie nur schwach. Oh, oh. Oh, oh. Hm. Weiße. Hm. ich bin auch noch mal sicher ja hallo anti auf bei dir ist alles gut und selber pust nase doch gar nichts geschissen ja ich gucke es aus der nase Nein, nein, nein. Sachen einsamen. Scheiße. Ich bräuchte mal Heilung. Geht das auch? Okay, kann ich nicht da hinschießen? Ich habe ein bisschen Angst gerade. Ich habe Kopf... Ah, ja. Ja, ja, ja. Heilung. Sehr gut. Ja, man nimmt so vor sich hin und selbst. Joa, Tito. Nee, eigentlich alles. Alles gut soweit. Angekommen in der Festung der Kooper, Brüder. Ist da ein Risterwand? Wo? Ah. Ja, I see. Vielleicht da den Dienstes gegen. Den Panzer? Nö. Aber er hat sein können. Danke, Kidax. Ich und Unscherblöcke springen, ne? Das wird nicht besser. Oh, scheiße. Mario, was zum... Oh, was für ein Pech. Mario ist bereits hier. Ich muss es dem Anführer sagen. Pomodoro. Kein Versteck hier? Oh, Mann. Na gut. Gehen wir rein. Und retten den ersten Stern. Also, die Erstangriff... Da... Da einen Erstangriff zu schaffen, ist gar nicht so einfach. Ich muss schon wieder einmal ein Barrio haben zum Scannen. Okay, dann wollen wir hier sehen, wie er ein Zubat. Ja. Eventuell. Das ist ein Bomb-Omp. Bomb-Omp sind sehr temperamentvoll. Und wenn du sie angreißt, werden sie mächtig sauer. Maximal Kapitel 3, Angesklapp 1, Verteidigung 0. Wenn sie zornig sind, solltest du nicht auf sie springen, denn sie explodieren sofort. Du solltest ihnen dann überhaupt nicht zu nahe kommen. Greifen sie aus sicherer Entfernung mit Items und Wurfattacken an. Oder salze Techniken ein, bei denen ein Panzer geschleudert wird. Okay. Wenn sie im zornigen Zustand angreifen, können sie explodieren. Also sorge dafür, dass sie schon vorher besiegt werden. Mhm. Locken ist auch nicht so meins, ne? So, und Barrio, du wechselst immer wieder zu Kuba. Ja, das war nicht sehr schlau. Na ja. Darum ist er trotzdem. Ein Schlüssel. Festungsschlüssel. Er öffnet eine Verschlossene Tor in der Festung der Kuba, Brüder. Ja, welches nur? Ja, welches nur? Okay, ich glaube, ich sollte hier einfach direkt den Powerpanzer einsetzen. Kann ich den wenigstens hämmen? Mit dem Wurfhammer, ne? Sicher, sicher. Sehr gut. Bada. Ha, 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 geh weg, geh weg. Ich will das Herz haben. Geh weg. Oh, ho, 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 überbande. Hui, hui, hui. Machen wir das immer genau so? Oh, Panzer. Und dann haben wir keine BP mehr. Schickschott. Da magst du was. Okay, was ist da los? Ich weiß nicht. Lass man Honigsirup benutzen. Sicher, sicher. Da oben ist auch wieder so ein Riss. Aber da kommen wir erst gar nicht hin. Mal sehen, ob der große Mario noch einen Schritt weiterkommt. Huh. Ah, verdammt. Äh, Mario. Du, äh, versuch dich hier. Du wirst dich in der Festung ohnehin nicht zurechtfinden. Jaja. Ich rieße ganz gewaltig nach Ärger. Wie aufregend. Bis später. Sagen wir nix zu. Einfach nichts. Wieso war der jetzt schon dran? Schweinerei. So, wie komme ich da ran? Da oben ist ein Schalter. Aha. Ich glaube, erst mit Mario draufscham und dann den Panzer. Ja. Das kann sein, ja. Das Ding ist aber, ich habe jetzt zwei Gegner. Den einen kann ich... Und der wird jetzt aber explodieren. Weil der am Zug ist. Aber ich habe geblockt gebraucht. Da haben wir nur einen Schaden bekommen, was gut ist. So. Zack. Das heißt, das können wir uns einfach so holen. Power Doubts Orden. Triff deinen Gegner so oft, dass Action-Kommando stimmt. Und... Oh. Das ist ja richtig nice. Nur kostet ja zwei und wir haben gar keine mehr. Gehen wir so? Wir haben bald ein Level Up. Warte mal. Um wie viel werden immer die Ordenspunkte erhöht beim Level Up? Um drei, ne? Wieder gehen wir dann nochmal auf Ordenspunkte beim nächsten Level Up. Dann können wir KP Plus wieder anlegen und haben auch wieder fünf Leben mehr. Oder wir gehen erst mal auf KP. Und dann wieder auf Ordenspunkte. Und hätten dann zehn KP mehr. Ich glaube, wir gehen erst auf Ordenspunkte gleich wieder. Oder? Komm her jetzt! So. Kleine Drecksau. So. So. Bam. Bam. So. Jetzt greift die einmal normal an. Dann springen wir jetzt mit Mario. Machen wir auch nicht zwei Schaden, bitte. Danke. Dann kann er nochmal angreifen. Ja. Sehr gut. Okay, da ist auch noch ein Schlüssel. Können wir auch nicht so ran. Okay. Wir brauchen halt die Schalter da oben. Können wir bestimmt von hier hin? Nee, ich habe jetzt gar keinen Bock auf dich. Geh weg. Hä? Echt jetzt? Komme ich da nicht lang? Ketten? Ja. Ich habe keinen Schlüssel mehr, ne? Arlata, kann ich sie... Ketten? Boah, ist das eine Scheiße. Nee. Ich brauche die drei BP gleich für... Super. Oh. Oh, das ist belastend. Ist gut. Das ist nicht gut. Es werden zwei explodieren. Kein anderer Weg dran vorbei. Oh, oh, oh. Ah, wir mussten den sogar besiegen. Okay, never mind. Wir haben gerade versucht, die Ketten abzuschießen. Aber es geht ja gar nicht. Kann ja nicht nach da oder da schießen. Kann ja nur so nach rechts oder links. Aber jetzt geht es nach unten. Will ich nach unten? Will ich ja nicht, oder? Ups. Auf jeden Fall möchte ich mich eben heilen. Besser ist. Wir haben keine BP mehr. Ist auch scheiße, ne? So. Hallo? Gehen wir erstmal da lang? Nein. Nein. Oh. Na toll. Musst du die jetzt alle besiegen hier? Höh. Okay. Okay. Kann doch nicht wahr sein. Krap-de-dum. Krap-de-ding. Die sind zu schnell. Wo ist der denn jetzt so schnell wieder aufgestanden? Bleib liegen, Freundchen. Okidoki. Das war auch ein Freakshot. Ich habe mich nach unten gedrückt, wollte eigentlich auf unseren Koopa springen, um ihn wegzuschießen. Bin aber in dem Sprung auf den gegnerischen Koopa gesprungen. Ich habe gearbeitet mit vielen Tricks. Ja, die kann der Gegner nicht vorhersehen. So muss man. So, noch zwölf Sternpunkte. Kommen wir level up. Hui. Ah, okay. Okay, ich kann das. Am Schlüssel. Sehr gut, du hast hier zumindest die Gegner nicht respawnen. Das ist sehr angenehm. Lass nochmal hier gucken. Gefangene. Gefangene. Hallo? Okay, merken wir uns. I guess. Ja. Lass mich wählen. Litronello war das, ne? Gelbe? Das ist perfekt, glaube ich. Oh, oh nein. So aus als sei Mario hier. Ist nicht weg. Okay, er hat irgendwas mit dem Block gemacht. Sollten wir den betätigen? Ich denke nicht, oder? Also nicht. Ich habe es noch gesagt, ey. Scheiße. Loser, geschieht dir ganz recht. Du bist drauf reingefallen. Scheiße. Aber ein Heilblock, das ist auch schon mal nicht verkehrt. Ah, was war das? Wo kommen die denn her? Oh, ich habe mich gefragt, wer du wo sein magst, aber bist du nicht Mario? In einer Million Jahren hätte ich nicht erwartet, eine Berühmtheit wie dich an so einem Ort zu treffen. Wer ich? Mein Name ist Bombett. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin ein Bombomb. Schön, dich kennenzulernen. Na, Risse in der Wand. Neuer Partner. Maybe. Reden wir erst mit den anderen. Es tut mir leid, aber ich werde mich dem Tyrannen nicht mehr fügen. Diese Koopa-Brüder können den Stolz eines Bombombs nicht brechen. Ah ja. Setze ich all meine Kraft ein, um einen Weg zu finden, hier herauszukommen. Ah, der Winkel. Die Wektroden. Toren. Oh, es ist so kompliziert. Vielleicht geht mein Kopf in die Luft. Nein, bitte nicht. Wir Bombombs wurden hier von den Koopa-Brüdern eingesperrt. Wir konnten nichts dagegen tun. Früher waren die Koopa-Brüder wirklich cool, aber Cammy Koopa mag sie. Und jetzt sind sie total eingebildet. Vorher waren sie einfach nette Jungs aus Koopa-Heim. Das hat völlig gereicht. Vielleicht hat sie das Verlangen nach Abenteuern einfach übermannt, hä? Diese stinkenden Koopa-Brüder haben uns zu viel harte Arbeit gezwungen. Wir mussten 25 Stunden am Tag schupfen. Hä? Niemandes Leben sollte nur aus Arbeiten bestehen. Ich brauche Freizeit, um etwas zu erschaffen, wodurch sich die Welt an mich erinnern wird. Boom! Oh, wie lange müssen wir noch in dieser Zelle bleiben, hä? Ich verliere die Hoffnung. Und ich bin so hungrig und traurig und zornig und wütend. Langsam erfüllt mich Zorn. Ich bin jetzt wirklich sauer. Raus! Raus, 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 sofort! Was sagst du? Warum ich hier eingesperrt bin? Ganz einfach, weil ich eine potenzielle Gefahr bin. Zumindest für diese, äh, die schlappschwänzigen Koopa-Brüder. Ah. Zuerst habe ich ebenso die anderen, wie die anderen Bomb-Oms, nur hier gearbeitet. Aber diese Koopa-Brüder, als Bosa an die Macht kamen, haben sie angefangen, uns zu tyrannisieren. Ich konnte es nicht mehr ertragen, also bin ich einfach neben ihnen explodiert. Tja, das war's. Wohl ein Fehler. Die Koopa-Brüder fanden das nicht sehr komisch. Und deshalb sitze ich jetzt im Kitchen. Dann haben sie auch noch die anderen Bomb-Oms eingesperrt, weil sie einen Aufstand befürchteten. Eine Bomb-Om-Rebellion. Was sagst du dazu? Oh, Verzeihung. Ich weiß, es ist eine lange Geschichte. Aber egal, Mario. Wir wollen hier raus. Glaubst du, dass du uns bei unserer Flucht helfen könntest? Oh, bitte, bitte. Wenn du uns hilfst, verspreche ich auch, dir zu helfen. Okay. Oh, wie schön. Von jetzt an wollen wir für immer Freunde sein. Wir werden ein super Team sein, Mario. Yeah, wir haben eine Bombe. Bombett gehört zum Team. Drücke runter, um Bombett auf einen exklusiven Spaziergang zu schicken. Sie kann manche Wände und Felsen sprengen oder Schalter zeitverzögert aktivieren. Im Kampf kann sie einen Gegner am Boden mit Body Slam angreifen oder mit Bombe gehörig Respekt einflößen. Jetzt lass uns überlegen, wie wir von hier verschwinden können. Naja. Kinox hat uns netterweise schon auf Riss in der Wand hin bedeutet. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Ich habe dir ja noch gar nicht gesagt, was meine Spezialität ist. Wie dumm von dir. Ich kann explodieren. Pass auf. Wenn du irgendwo Sprünge in einer Wand siehst, kann ich sie wahrscheinlich zum Einschluss bringen. Versuchen wir es doch mal hier. Geh in der Kau. So. Ich wusste nicht, dass sie in die Richtung noch läuft, in der wir gucken. So, okay. Guck mal, sie ist ganz von alleine drauf gekommen, dass da der Ausgang ist. Hast du's gesehen? Weißt du jetzt, wie ich dir von Nutzen sein kann, Mario? Äh. Oh. Ein Fluchtweg! Nun, ich, äh. Ich habe bis jetzt noch nie daran gedacht, es auf diese Weise zu probieren. Ich war so wütend, dass ich immer nur an derselben Stelle in die Luft gegangen bin. Tee, okay. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Naja, egal. Hauptsache, wir können jetzt von hier verschwinden. Das geht für uns alle. Vielen Dank, Mario. Von jetzt an werde ich dir folgen und dir helfen, wo ich nur kann. Ruf nach mir und ich bin da. So, genug geplaudert. Ich habe noch eine Rechnung mit den Cooper-Brüdern zu begleichen. Ja. Das haben wir. Dann, äh. Auf, auf. Hm, hm. So. Oh, oh. Da soll der Kracher. Falls ihr Bonbons es vergessen habt. Innerhalb der Festung ist es mit Ausnahme von Notfällen strikt untersagt, zu explodieren. Ach so. Mario, was machst du hier? Nichts Gutes, würde ich sagen. Los, alle auf ihn. Scheiße. Bombett, helf mir. Aber du musst erst... Ne, warte. Wie mache ich das jetzt? Ich mache erst so und lege den hin. Dann tauschen wir Bombett einmal aus, weil ich will... Oh, ne, brauche ich gar nicht. Ich habe die Bomben schon gescannt, ne? Ach ja. Dann gehen wir so. So, und jetzt darf sie in die Luft gehen. Okay, das macht gut Damage. Ah, ein Schaden ist okay. Wollte ein bisschen BP sparen. Das Leben haben wir auch direkt wieder bekommen. Sehr gut. So, jetzt lass mich überlegen. Müssen wir ja wieder hoch. Hier unten waren wir jetzt überall. Richtig, richtig. Müssen wir wieder hier hin. Recht. Ging es zu dem... Ja, da sind wir oben runtergefallen. Ich will hier nochmal eben gucken. Da waren wir nämlich nicht. Ist mir noch eine Tür. Und eine Wand. Nicht? Doch. Einen Schatz gefunden. Rabatt-Orden. Für verbrauchte Items werden einige Münzen zurückerstattet. Boah. Nett. So, was haben wir hier? Ein Speicherblock. Gut und wichtig. Warst du schon draußen? Wann der Mauer? Nein, nein. Ich bin noch nicht zurückgegangen. So, wir müssen jetzt erstmal hier hin. Ein Festungsschlüssel. Okay, das ist eigentlich egal. Da waren wir schon drin, ne? Könnten wir da so durchlaufen? Oh, Entschuldigung. Ich würde die Kamera drehen. Gewohnheit. Da kommen wir aber auch noch nicht hin. Okay, okay, okay. So, dann gehen wir jetzt zurück. Aber hier kommen wir nicht weiter. Da oben müssen wir hin. Hm. Dann lass mal nach draußen gehen. Ich glaube nicht, dass das da draußen dahin führt, oder? Das wäre irgendwie wild. Ähm, wo war denn das nochmal? Was, noch ein weiter zurück? Ja, ne? Da war auch kein Riss in der Wand. Ich hoffe nicht, dass das jetzt ein Fehler ist und dadurch... Äh, oh, ist das halt mal runter? Alles respawned. Alles respawned. Das ist nice, aber ich glaube nicht, dass wir genug Ordenspunkte haben werden. Brauchen wir sechs Ordenspunkte. Wir können erst mal den rausnehmen und ja, haben wir schon mal einen. Den können wir zur Not auch rausnehmen. Warte mal, zwei können wir rausnehmen, drei können wir erhöhen, dann bringt mir nichts. Wir bräuchten zweimal Ordenspunkte erhöhen. Hm. Ich komme nicht mehr zurück. Hä, lol? Ich komme nicht mehr zurück. Kann ich irgendwo runterspringen? Ach, hier. Na gut, aber wo geht's weiter? Das ist jetzt die Frage. So, hier sind keine Risse in der Wand. Wir müssen irgendwie... Irgendwie... Oh, Scheiße. Das ist echt respawnd. Ernsthaft, geh weg. Wir müssen irgendwie da oben hin. Ich glaube, wir müssen da oben hin. Ich habe noch nicht mehr. Das ist echt gut. Ich bin sicher. Ich bin echt gut. Ich bin echt gut. No, ist das super. Ich bin echt gut. 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 Zwei noch, dann haben wir den Level ab. Oh, den habe ich nicht gesehen, dass der hinter mir war. Aber ich kann nicht auf den hinteren gehen. Ich verlasse den Schaden, scheiß drauf. Ein Damage tut mir weh. Äh, what? Mein Partner ist gestunnt. Okay, aber nur für einen... Na gut, okay. Das war doof. Das wusste ich nicht. Aber Level ab. Das heißt, wir haben jetzt eh wieder volle Heilung. Und wir gehen auf Ortspunkt. Und packen rein. KP Plus. Ja. Okay, ich brauche viel zu lange. Aua. Bitte, unterlassen Sie das. So, habt ihr schon eine Idee, wie wir da oben hinkommen? Ich nämlich nicht. Dir-Dirin. Ach. cook stir Democrat. Adi-Dirin. cockpit fürs Schlussieren. Das ist poussinn. Dass sie nach Sana sich gedrückt. Kann ich nicht Kann die Bombe nur so betätigen, dass sie nach vorne läuft und dann explodiert Oben sind halt Schalter Wir müssen halt erstmal irgendwie hochkommen Ach, komm, geh weg Warum seid ihr denn jetzt alle wieder da? Oh Gott Oh Gott das war nicht so schlau naja wieder ein schaden auf uns da oben sind schalt nirgendwo mehr das ist schon wieder einer dieses mal getroffen so da 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 das wieder irgendwie hochgezogen Yep. Der Bombenangriff wäre cool, wenn er alle treffen würde. Wir gehen jetzt vielleicht wieder zwei Bomben hoch. Kann man machen? Ne, obwohl die gar nicht, die geht gar nicht hoch, weil wir dürfen erst nochmal Bodyslam machen. So. So, war auch kein Riss mehr an der Wand, ne? Ne. Wow. Aber hier waren wir noch nicht, oder? Waren wir schon? Oh, scheiße. Wir müssen uns gleich heilen. Ich glaube, ich hab die lieber... Wenn wir nicht sogar drauf gehen. Aber wir haben Glück, wir haben den Ohren drinnen, ne? So. 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 So, springen wir auf den und dann den Kupal. Das ist die bessere Taktik. Und vor allem die BP günstigere. So. So. Wir müssen uns einmal Hei rein. Haben wir auch Pilze? Ja. Einen. Anscheinend geht's hier weiter. Sehr gut. Ah, jetzt sind wir oben. Alles klar. Oh, wieder. Oh. Oh. Da ist er nicht fertig. Oh, ich bin dann eigentlich alles konntiert. Oh. I did it Das war knapp. Wooh! Der Frut schreit es. noch nicht auf die bomben gehen oh yes timing kaputt Ja, Timing kaputt. Aber hat gereicht. Papaparada. Oh. So. Zack. Wir haben keinen Schlüssel mehr, ne? Haben wir noch einen Schlüssel? Nein. Okay. Bambett, wir brauchen dich hier. Juhu. Eventuell hätte ich erst nach oben gucken sollen. Mit der Leiter, bevor ich die runterhole. Ach Gott, ich konnte gar nicht, weil der Zaun dazu war. Okay, alles gut. So. Oh, ich hasse die Koopas. Oh, ich hasse die Koopas. Ich habe die Koopas. Oh. Oh! Pa-pa-pa-ra-pa-pa-ra! Oh, der ist ganz alleine! Tschüss, Kollege! Ich habe immer Angst, dass mir irgendwie so ein Koopa Ball entgegengeschossen kommt. Ah-ha! Hmm. Ah-ha! Hmm. Hey, manchmal hilft es auch einfach mal eine Runde nix zu tun, ne? Sonst werde ich nämlich hochgegangen. Hmm. Jetzt finden wir schon wieder neun Orden. Das heißt, wir haben... Kann ja beim Level-Up immer nur auf Ordenspunkte gehen. Was haben wir denn da? Schlag-T-Orden. Erhöht Marius' Hammerangriffskraft um zwei. Oli-Moli! Oh, da kostet nur einen. Äh, 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 äh. Dann nehmen wir... Wer braucht nur einen BP? Den nutze ich kaum. Nimm ich den raus und packe den rein. Oh. Oder? Ja. Ja. Ich muss mal Speicherblock und... Oh oh. Sieh an, Mario. Ich hätte nicht drauf gewettet, dass du es bisher erschaffen würdest. Ha. Hör auch so viel Sand zu grinsen. Du hast uns überrascht. Glaub mir, wir werden mit dir den Boden aufwischen. Wir sind cooler als Eis. Ja, Jungs. Feuer frei. Oh shit. Okay, okay, okay. Ich geh runter. Äh, Bombett. Könntest du mal kurz den Weg frei bomben? Geht das? Okay, dankeschön. Haben wir hier? Ah, und Sirup. 10 BP. Alles gut. Boah. Oh shit, okay. Boah, Gumbario. Gumbario. Okay, drei leben das gut. Äh, du tausch mal eben mit Gumbario, damit wir die scannen können gleich nach nächsten Runde. Oh, holy fuck. Oh, holy fuck. Hier ist nichts, Mr. Genn, die hauen einfach rein. Gut. Äh, Hilfe. 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 Okay. Das ist jetzt wichtig. Okay. Bitte einmal scannen. Das ist ein Willi-Blaster. Es handelt sich dabei um Kanonen, die Kugelwillis abschießen. Maximal KP 4, Angstkraft 0, Verteidigung 1. Sie werden uns nicht direkt angreifen, aber sie werden nicht aufhören, Kugelwillis auf uns abzufeuern. Es wäre effizient, sie alle gleichzeitig anzugreifen. Du kannst sie aber auch nacheinander bekämpfen. Und erst mal unsere Hammerkraft um zwei. Ja. Ja. Dann musst du noch einmal den scannen. Das ist ein Kugelwilli, ein Kamikaze-Pilot. Wenn du Kugelwillis nicht schnell genug ausschaltest, rannen sie dich und explodieren. Maximal KP 2, Angstkraft 2, Verteidigung 0. Ich meine es ernst, Mario. Diese Kerle können uns ganz schön zusetzen. Wir müssen sie besiegen, bevor sie eine Chance haben, uns zu treffen. Oh, es wäre zu spät. Können wir die nicht blocken? Okay, dann machen wir bitte eine Kanone raus. Hä? Macht nur... What the fuck? Hier gehen wir auf Bombett. Oder auf Cooper. Ich gehe erst mal auf Cooper. So, weil er kann alle angreifen. Was ist denn, wenn wir hier... Wir haben zwei Powerblöcke, ne? Ah, ich will die eigentlich gleich für die... wenigstens haben. Für die... Super, Brüder. Machen wir so. Oh, ja. Das ist gut. Okay. Jetzt steht der... Der Boost für meine Hammer immer nur für einen Angriff. Da, einer ist weg. Cooper wird hier hart regeln. Bam. We did it! Und 17 Sternpunkte. Nice. Dann auf zu den Cooper-Brüdern. Oh, shit. Oh, shit. Seid ihr bereit, hä? Hey. Belanzo. Belanzano. Was machst du denn? Beile dich, Mann. Schwing die Hufe. Oh. Anser. Geh runter. Warte. Warte mal. Wow. Mann, man wartet es. Citronello. Was machst du da? Das sieht total bescheuert aus. Okay, warte. Okay, ich bin bereit. Pomodoro. Endlich. Los geht's. Und steht immer... Seht immer cool aus, Jungs. Yeah. What? Was? Äh. Ich habe schon auf dich gewartet, Mario. Boah. Ich bin der stärkste und coolste. Sie macht das große, böse König Bosa. Es ist Zeit, deine närrischen Ideen aus dir heraus zu prügeln. Ist das ein Peach rettend? Ich bitte dich. Pass auf und weinen. Bosa? Äh, sieht ein bisschen lahm aus. Ich meine, lahm ist das sowieso, aber... Max Kp 10, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Sieht Bosa wirklich so aus? Ich habe ihn viel furchterregender in Erinnerung. Ah, das war zögerter Eingriffe. Haha. Ich bin unbesiegbar. Du bist machtlos gegen mich. So, wird das wirklich? Okay. Was ist los mit dir? Das macht ja gar keinen Spaß. Du kannst mich nicht mal ankratzen. Ich will eigentlich noch BP sparen. Oh, das war ganz schlecht. Aber hol mal eine Bombe rein. Oh, du Schweckling. Oh, ich kann nicht aufhören zu lachen. Hehe, Mario denkt glücklich, dass wir bei König Bosa sind. Nein. Mario kann uns hören. Kann ich wieder irgendwas anderes anregen? Außer Bosa? Nee. Das ist aber jetzt nicht deren Spezial-Attacke, oder? So, weg mit dem. Oh nein, das Kostüm war perfekt. Bosa hat es so gefallen. Tja. Da sind sie. Die Cooper-Brüder. Jetzt kommen die Cooper-Brüder. Okay, Mario. Passte hiervon. Unsere Spezialität. Super-Wirbel-Attacke. Oh. What? Okay, die wackeln schon. Ist gut. Oh, wir kippen. Ich glaube, jetzt wäre Cooper gut. Aber wir müssen natürlich auch noch scannen. Das ist Asparago. Er sieht genau wie ein normaler Cooper aus. Maxima KP5, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Er verfügt über ein bisschen Verteidigungskraft, aber wenn du auf ihn springst, landet er dennoch auf dem Rücken. Lass ihn uns schnell umwerfen, ansonsten könnten die Brüder einen Turm bilden und ihre Spezial-Attacke einsetzen. Ja, das dürfen die definitiv nicht nochmal tun. Und sie stehen schon wieder. Äh, warte. Wir haben einen Power-Block. Let's go. Sehr gut. Dann versuche ich erstmal den ersten rauszunehmen, bevor wir den nächsten scannen. Oder? Ach nee, ich hätte scannen sollen. Egal. Einer ist raus. Das ist Citronello. Er erinnert mich ein wenig an Limonade. Ist das nicht komisch, mit einem Kampf an sowas zu denken? Maxima KP5, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Er verfügt über ein bisschen Verteidigungskraft, aber wenn du auf ihn springst, landet er dann noch auf dem Rücken. Lass ihn uns schnell umwerfen, ansonsten können die Brüder ihren Turm machen. Ja, ja. Und sie stehen wieder. So, wen haben wir da? Das ist Melanzano. Schwarz scheint in zu sein. Maxima KP5, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Er verfügt über ein bisschen Verteidigungskraft, aber wenn du auf ihn springst, landet er noch auf dem Rücken. Okay, da sagt er immer das Gleiche. Oh shit. Ich hätte mich gedacht, dass sie sich auch zu zweit stapeln. Oh, geblockt. Okay, okay. Und der nächste ist raus. Kann ich jetzt den roten Einzelnen scannen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, das juckt die gar nicht. Oh, das ist scheiße. Aber wir haben ja noch, und ich werde ihn noch nutzen, noch einen Powerblock. Let's go. Oh, wir kippen. Oh, die liegen nicht direkt auf den Rücken. Das ist doch scheiße. Jetzt aber. Eins, zwei, drei. Da geht er down. So, dann lasst du nur einmal scannen und dann kommst du raus. Das ist Pomodoro, er ist der Anführer der Koopa-Brüder. Aber alles in allem ist er auch nur ein Koopa. Maxima KP5, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Er verfügt über ein bisschen Verleihung. Da sage ich mal das Gleiche. Tja, mein Freund, du bist allein. Oh, dann kann Gumbario auch den Rest machen. Easy win. 32 Sternpunkte. Wow. Hey, hallo. Lass uns hier raus. Ach, jetzt bist du im Knast. Nobis, da war in einer Karte eingefangen. Oder ist. Wir befreien ihn. Wir befreien ihn. Kapitel 1, Sender. So besiegen Mario und seine Freunde die Koopa-Brüder und retten einen der Edelsterne. Dort noch immer werden sechs der Sterne vermisst und warten voller Hoffnung auf ihre Rettung. Die Zukunft des gesamten Königreiches, Sternenhafens und natürlich der Prinzessin liegen in den Händen von Mario und seinen neuen Freunden. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Ja. Und ich würde sagen, nächsten Sonntag geht's weiter. Das wäre nämlich so mein Plan, jeden Sonntag einen Stern retten. Aua. Wir könnten aber, wenn ihr Lust habt, doch ein bisschen Pokémoner Kiosk machen. Wenn ihr Bock habt. Na, guckt nicht so Kinox. Wenig durchrushen. Ich finde, das ist immer ein schönes Ende. Ich finde, das ist ein guter Plan. Mittwochs, Freitags machen wir World of Final Fantasy. Jeden Sonntag ein Kapitel oder beziehungsweise ein Stern in Paper Mario. Und zwischendurch immer ein bisschen in Pokémoner Kiosk. Das ist doch ein Plan. So.